Sichern. Einfach raus. Einfach raus ist nicht, aber... Ähm, ja. Komm, wir haben irgendwas vorbei. Ach, das ist die Falle. Oh, Alter. Oh, Alter. Wow. Das war's nicht. Ach so, ja, ne? Es ist nicht anders, als wäre es schon Jahre her, dass ich zum letzten Mal warm war. Ich erwarte nicht, dass er schreibe. Ich will nur das Gefühl haben, dass er hin und wieder an mich denkt. Die nächsten Zeiten sind verschmiert. Er muss zurückkommen, entweder das ist schwierig. Ich habe noch einen Brief geschrieben, das wird der letzte sein. Wow. Ja, Mission. Oh. Okay. Dann... Das sieht gut aus. Mal noch mal raus. Wo ist das Quentin? Müsst du direkt hier sein. Da. Dann verkaufen wir ein bisschen was. Mhm. Mhm. Machen wir jetzt nicht. So. Okay. Wo ist der Rest? Äh. Oh. Also. Da können wir nicht lang. Müssen wir da. Menzen wäre gut. So weit. Gut. Das müssen wir jetzt auch noch machen. Klar. Äh. Nee. War da aber vollkommen. Ja. Ja. Den nehmen wir bitte mit. Ähm. Ähm. Da kommen wir. Gar nicht so. Wir müssen da oben lang. Das wollte ich auch. M. Nein. Machen wir alles später. Aha. Oh nee. Komm. Okay, die sind wichtig. Das ist immer gut. Sowieso. Sowieso. Seite. Ähm. Wo sind wir jetzt? Draußen fast. Okay, dann können wir erst ein bisschen angeln. Wir kommen hier nicht weiter. Na komm, schnappen wir uns den in einer weiteren, besonderen Variante oder in der normalen. Ich bin, ich kann das dann nicht so gut wie die anderen. Lass es bitte den Letzten sein. Rauschein. Wir drehen um. Und wollen raus. Ups, das war nicht gut. Wir schnappen uns zwei. Zwei Sprengladungen. Gleich zwei, weil man weiß ja nie. Upsi. Nein, wir gehen außen rum. Oder komm, wir gehen innen rum. Und, weil wir nicht wissen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas... Hm, ich glaube, jetzt aber nicht weiter. Da geht's weiter. Hier muss ja das Porton irgendwo sein. Ja, und irgendwo ist genau hier. So. Ja, komm. Erstmal. Das bringt schon mal richtig viel. Dann. Let's rein. Gut, das dann. Forschung, haben wir ja auch wieder was. Ähm. Das ist nix. Dann fällt der weg. Na? Kurz. Wenn wir... Das da voll machen. Okay. Passt nicht. Äh. wenn wir das so machen erst das ist ideal was soll ich noch machen wir schlafen ach so ja ich weiß was ich wollte da brauchen wir im moment nicht so jetzt erstmal nochmal gucken nichts da kommen wir nicht rein ist das das wo wir rein wollten nein das war klar ist das das wo wir hin wollen ist es nicht da ist nur ein großes ekliges viel brauchen wir vielleicht hier müssen ein da ist und was ist es super idee mhm 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 ähm, ja drehen wir hier ganz schnell nochmal um das sehen wir auch schon die Falle gehen dann auch hier und das ist jetzt zwei da sind das zwei, warte mal, ist das der Weg? aber das müsste doch auch raus ja ja lasst mal gucken, was ist das? ja, das bringt viel richtig Cola, also schnappen wir uns das oh man ich bin durch wow also ich würde sagen können wir von hier aus gut zum ja, können wir ist das etwas, was wir vielleicht vermeiden sollten? ja wenn ich die nicht auf Friedrich gestellt hätte wäre das jetzt und den gewesen was sollte doch eigentlich will ich jetzt ja das ist ich bin kein Freund von Manker ja ja okay noch mehr ja ich danke dir, ich werde dir in den Baum hängen und hier deine Belohnung geht immer gut dann lass uns das mal abfauen wir brauchen nämlich und dann können wir hier noch ein bisschen rum angeln auch die Sachen auch die Sachen, die wir schon haben ist ja egal das brauchen wir im Moment nicht aber der der bringt glaube ich was ich bin da zu blöd für das hat jetzt relativ gut geklappt und das war's und das war's und da raus ähm ich glaube das Porton ist da es ist für mich genau dort Frage ist jetzt hast du noch eine Sprengladung für mich? erstmal das ja also kann ich das nicht verkaufen ja so ähm Frage dann äh gut so dann ja kann ich jetzt hier irgendwie das finde ich viel aber egal wie verkaufen ist das mit mehr verkaufen wir lassen wir es mal so machen wir Forschung oh ne Quatsch hast du noch so ein Sprengladung? schon ich 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 wir müssen eh alles erforschen ne deswegen ist es ok lebensdauer 6 tage 3 tage die ist gut ja wir schlafen und hoffen dass er jetzt noch mal ne Einladung hat weil ich will jetzt nicht noch mal zurück man D ich 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 Da kommen wir doch gar nicht durch, oder? Hier durch? Wieso kommen wir jetzt hier durch? Nicht, ich habe einfach nur eine Abkürzung zu schaffen. Hä? Hör auf. Ich bin so doof, weißt du? Hauptsache Sprengladungen verballert. Weg, 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 weg. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so glücklich.